Sie haben schon zur Pause 4 zu 0 geführt und haben letztlich völlig verdient 6 zu 1 gegen Eutin 08 gewonnen. Was hat heute den Aufschlag dafür gegeben, dass es so deutlich wurde? Ja, ich glaube die Jungs haben das einfach dann letztlich sehr gut gemacht, gerade in den Offensivaktionen. Ich fand die erste Viertelstunde war schon ausgeglichen. Da gab es auch mal eine Phase, wo Eutin ein oder zwei Torabschlüsse mehr hatte. Lag vielleicht auch daran, dass wir heute eine neu zusammengestellte Mannschaft hatten. Wir hatten drei, vier Spieler von oben mit dabei. Sodass die Jungs in der Konstellation auch noch nicht so zusammengespielt haben. War uns aber auch klar, dass es wahrscheinlich 15-20 Minuten dauert, bis die sich gefunden haben. Und dann spielt uns natürlich in die Karten, dass schnell das 1 und 2-0 dann fällt. Und dann haben die Jungs aber auch wirklich gute Qualität gezeigt. Also das ist nicht jeden Tag, dass es dann auch so komprimiert dann in ein Spiel kommt. Aber letztlich war es auch irgendwo ein Arbeitssieg. Wenn man gegen einen unmittelbaren Gegner 6-1 gewinnt, dann liegt die Frage nahe, ob denn jetzt die Aufstiegsrunde das erklärte Ziel der Mannschaft ist? Also wir haben vor der Saison gesagt und das bleibt auch so, dass das absolut wichtigste ist für uns der Klassenerhalt, dass wir in dieser Liga bleiben. Wenn wir jetzt es schaffen, in die Aufstiegsrunde zu kommen, ist es ein absolut guter Bonus, den wir auch gerne anpeilen. Aber es lohnt sich auch immer, schön auf dem Boden zu bleiben und ein Spiel nach dem anderen anzugehen, weil das hat die Liga auch gezeigt, dass es sehr ausgeglichen ist. Hier kann gefühlt wirklich jetzt jeder jeden schlagen und das wissen wir auch. Und darauf baut auch unsere Arbeit auf, dass wir einfach als erstes hart arbeiten und kämpfen müssen. Und wenn es dann mal läuft, dann haben die Jungs heute gezeigt, was auch spielerisch in ihnen steckt. Aber das muss man sich auch erst erarbeiten. Von daher bleiben wir bescheiden. Vielen Dank. Dennis Jax, hast du gehofft, dass das Spiel zur Halbzeit vorbei ist? Schöne Frage. Ja, tatsächlich. Also ich habe zumindest was Ähnliches gesagt in der Halbzeit, dass das mit dem 0-4-Rückstand zur Halbzeit natürlich ein langer Sonntag werden kann. Das war natürlich zweiter Halbzeit eine reine Charakterfrage. Also der Glaube, hier noch einen Punkt zu holen in der Halbzeit, war dann tatsächlich nicht mehr wirklich gegeben. Das muss man einfach so klar auch benennen. Ich denke, dafür haben wir es dann anständig runtergespielt, müssen uns hier nichts nachsagen lassen, dass wir hier haben abreißen lassen. Ich denke, das war in Ordnung. Ja, aber das Spiel war in der ersten Halbzeit entschieden. Und auch verdient für den VfB Lübeck war heute ganz klar das bessere Team. Ich glaube, lag zum größten Teil auch an uns, an unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Das geht mit dem 1-0 los, wo wir hinten als letzter Mann wegrutschen auf seifigem Boden. Und zieht sich dann so durch mit den weiteren Toren, wo Bälle unterlaufen werden. Ja, ich glaube, es war einfach ein gebrauchter Tag von 1 bis 11, fast ohne Ausnahmen, wo wir einfach alle nicht an unsere Normalform rangekommen sind. Es stehen ja zwei Auswärtsspiele noch aus, bevor es Weihnachten fährt, Eichhede und Todesfelde. Was gibst du der Mannschaft mit auf den Weg für diese beiden Spiele? Ja, ich glaube, wir hätten heute noch mal eine Riesenchance gehabt, oben ranzufühlern, auch an die interessanten Platzierungen. Ich glaube, mittlerweile oder spätestens nach dem heutigen Spiel müssen wir uns dann auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, uns zumindest auch darauf vorzubereiten, dass es aller Voraussicht nach die Abstiegsplayoffs werden. Und jetzt geht es für uns darum, eine gute Ausgangssituation zu schaffen in den nächsten Wochen, beziehungsweise dann auch gerade im neuen Jahr mit wirklich drei wichtigen Spielen, die wir da noch vor der Brust haben. Und die beiden letzten Spiele, jetzt in Eichhede und Todesfelde, das sind für uns Bonusspiele. Das sind Spiele, die wir jetzt noch mal genießen können, wo wir völlig befreit, denke ich, auch spielen können, ohne Druck. Und wenn was geht, dann freuen wir uns. Und wenn nicht, dann ist es zumindest auch kein Beinbruch. Spiele, die wir jetzt noch mal genießen können, ohne Druck zu sehen,